Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vergessen Sie alles, was Sie bis heute unter dem Begriff Frontstück verstanden haben. Felix Martens und Rainer Apel präsentieren Ihnen ein dynamisches Frontstück mexikanischer Bauweise, die es bisher in unserem Breiten noch nicht zu sehen war. Get ready, machen Sie sich bereit für La Estrella! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. In der Sache steckt jede Menge Arbeit. Wer mehr darüber erfahren will, kann morgen gerne zum Stand von Rainer Apel in der Ausstellung kommen und um 16 Uhr wird es einen kleinen Vortrag geben rund um mexikanisches Feuerwerk und darum, was es in diesem Stern auf sich hat. Vielen Dank. So, nun wollen wir noch ein paar Feuerwerke machen, ein paar Frontstücke, die jetzt nicht so ganz die hohe Schule sind. Ich habe Wert gelegt, das, was ich jetzt zeige, das ist alles in weniger als einer halben Stunde zu basteln mit durchschnittlicher Begabung. Es ist also kein Hexenwerk. Ich rede nicht davon, dass die Fontänen in einer halben Stunde hergestellt sind. Da feile ich ein bisschen länger dran. Aber man sieht, ich habe teilweise noch nicht mal die Dachlatten gestrichen. Die waren also gestern noch im Baumarkt. Und ja, ich versuche jetzt mal in der Dunkelheit einen richtigen Knopf zu finden und dann geht das hier weiter. Nimm mal jemand das Mikroskop. Das Liga. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.